so hallo ihr lieben und herzlich willkommen zum dbd stream am freitagnachmittag lange lange sehr ich habe den guten shadow dabei und ich habe gut nicht dabei aber licht ist nur so nebenbei mit da und spielt kein dbd mit so ja wie gesagt lange 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 ist es ja jetzt knapp zwei wochen habe ich nichts von mir hören lassen hat war ja erst im urlaub und wollte eigentlich dann anfangen wieder zu streamen nach meinem urlaub aber dann ist leider meine katze verstorben und ich habe es gelassen verständlicherweise und jetzt habe ich es endlich wieder geschafft und fange an mit k.o. ten bei dich hat man cool ist viel bei uns bei sind wir sind wissen weise dieser ein bisschen das ist in ordnung ja gut bei shadow weiß man ja sowieso nicht sonst müsste es eigentlich besser sein hoffe ich und zwar in dbd gibt es seit knapp mehr als einer woche chaos roulette das heißt man hat verschiedene perks die ganz zu ende zugesteckt gegeben werden könnten der oberste shit sein und könnte aber auch totaler mist sein es wurde aber gestern noch mal ein bisschen verlängert für zehn tage zehn weitere tage und ja wir machen jetzt einfach mal es kann nur schlimm werden und so azura azura genau hallöchen willkommen im stream na wie geht's dir so shadow du bist bereit ja gut ich nicht die glatze ist auch frisch poliert die glatze ist frisch poliert azura wie geht's dir wenn es ein bisschen zu laut ist ihr lieben dann sagt mir bitte bescheid also bei mir für mich passt es ja für euch ja man weiß ja nie na ihr hört das ja immer ein bisschen anders das ist genauso wie hier auf twitch fliegen einem die ohren werk aber wenn ich es auf youtube hochlade da musste halb ins ins ding mal rein kriechen und ich habe nichts zu trinken doch ich habe was zu trinken und bei dem modus ist es egal welches level du hast du kannst auch alle vier slots frei haben also ich musste ja nicht freigeschaltet haben es wird ja einfach zugewiesen das ist das toll an dem und der killer ist wieder abgezischt das tolle oder das kacke hat immer so alt kriegt das ist richtig kacke wenn du blödsinn kriegst allein das talk von david oder hieß also ach tobi du bist das ja dann hätte man vorher sagen kann ich wusste von anfang an dass das tobi hieß das auch so auf discord glaube ich hieß oder nee hieß er auf dem discord auch so hi tobi wie geht's ne in dbd hieß er achso ja gut aber das heißt doch nicht dass man sich dann gleich so umbenennt Tobi wie geht's dir ich muss gerade erstmal überlegen hä wer heißt denn hier azura der mir schon seit ein paar tagen folgt äh ausstattung irgendwas kriegt man hier keinen killer rein doch jetzt doch ehrlich sagen das suchtverhalten zwischen mir und dragonborn x2 ist aufs neueste hochgepäppelt worden mit dem neuen deal sie ist das euer echt jetzt auch weiße abwehr ich habe nur noch wenig für meinen kasten bin scheiße gelangenweilt kein plan was ich machen soll du kannst gleich gerne wenn du möchtest mitspielen tobi wenn du lust hast natürlich und herzell willkommen im stream hallöchen na wie geht's dir es ist so schön euch wieder zu sehen das zwei wochen waren echt furchtbar ja du musst nicht tobi ich biedest dir einfach an ach nö zurückgelassen aufwachen superhits und besser gemeinsam manche bindung gebaut für die ewigkeit besser gemeinsam und sprintboost ich habe mal einen perk schon mal und die die näher das sind doch ich glaube das sind anfänger und sehr dank fürs wasser also es ist alien übrigens ähm selte gerade was am marsch für eure und für die mitspieler reingehauen also nicht dieses jahr ist davon befreit weil ich die später nicht mit wo soll ich noch aus dann hey mach raus dann wie viel schwein willst du haben nein wie das nein wie viele fähigkeitschecks kriege ich denn oh das wird gerade an mir vorbeigelaufen der hat mich nicht oder ein baum hat mich gerettet alles klar dann gehst du dann bitte in die im wölpi in den wartebereich und ich zieh dich dann hoch in den bei mir in smelly oh nein die verfolgt mich doch jetzt nicht wirklich oder mich sollte man nicht als dvd nehmen er ist mir gerade hinterher gelaufen er läuft mir noch hinterher ja ich hätte ne idee wo man einen neuen sauren drauf macht ähm drachengrip ok er ist ab er ist von mir abgegangen also nicht allein ich bin gefährdet oh mein gott ist er das gefährdet warum bist du gefährdet ja wegen drachengriff hä drachen ja ein bisschen zeit konnte ich rausholen ich bin auch direkt in der nähe ich glaube wir müssen besser ein härter zudrücken warum ich habe mich am halb gepackt ach so aber er kommt ich bin ich der meinung das ist gerade ein bisschen schwer dich zu holen wenn die maids mit verformen würden ja der alien holt sich ok gut ist das der ist überhaupt leon ist kein leon oh scheiße ich vergesse immer wieder dass ich dieses scheißvieh über die palette werfen äh über die palette hauen kann mit einem langen kranz ja mit einem langen kranz ich habe das gefühl dass er gleich quitten wird ich bin ich mir nicht so sicher wir haben noch zwei gems vor uns ja und gerade mal zwei ohne hook mhm gerade mal ready zwei waren wir beide nicht ja genau was denn was denn kleines quietsch haben wir uns gefree gendt ich glaube ja hinter dir hinter dir es ist immer hinter dir das dauert verdammt lange bis du dich mal geheilt kriegst ehoh oder die waldfee sorry ich habe bindung nicht deswegen komm rein komm rein alien blambiert oh wird sich das gemütlich eh was oh gottes spreche ich es richtig aus ich hoffe ja willkommen im stream mal löschen wie geht es dir ich hänge ich hänge ich hänge hier mal so ab einen moment da kann ich mir helfen mit was kannst du machen eh was eh was glaube ich da ist genau ha palette müde habe gerade ein schläfchen gemacht oh ich muss auch ein schläfchen oh ich muss auch ein schläfchen du bist ja riesig ja natürlich er kann doch aufstehen er wird doch groß er wird doch groß alter mhm 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 ja was denn er wird doch groß ach ja äh scheiße ich weiß nicht wo die an ich weiß nicht wo die sind ich weiß nicht mal wo die sind mate platzier doch das ding kann man hier gewittert bei euch eigentlich auch äh hier ist die mir war ein gewittert alter wie die großen hier ich hab Angst nach hinten zu gucken weil dann trifft er mich ja ja du Mistvieh einsendest du 80% ne ich bin schlecht alles gut hat's gerumpt ich glaube das ist rum von uns dachte du wolltest später anfangen ja ich konnte es aber nicht mehr ich musste jetzt einfach weitermachen äh ich musste jetzt einfach spüren ey was hat er denn hä er hat mich er hat mich gesehen der will mich sehen ja und wie er das will ich kann mir auch nicht vorstellen wieso wir kommen ins stream ja bei uns auch aber ich glaube ich was gerade fällt ach ja war mir so klar also hier ist permanent am rumpeln und am platz regen und bäh solange ihr abhauen könnt ich bin tot ich bin tot viel Spaß und wir hören uns doch mal an alles klar lass mich raus lass mich raus lass mich raus ich geh einfach raus gott die anderen sind auch einfach raus okay so dann holen wir mal den guten tobi 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 hallo hallo he hallo hi jetzt sind die verrückte tobi 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 line genau scherl lädst du mal ein weil das ist deine gruppe obwohl ich kann alles so ich hab den pass auch fast fertig ja ich bin jetzt bei aktueller stufe 76 und es gibt 83 da kommt ein tobi chaos perks ist oder stirb ich mach dir eine glatze rasur ich mag meine haare ja warte so ich kann sagen und nicht lügen tobi wie geht es dir außer dass sie langweilig war ganz gut scherl wir warten auf dich ich war nicht bereit bereit jetzt bist du du warst nicht bereit jetzt bin ich bereit jetzt kann lustig werden jetzt oder so keine ahnung wer das ist keine ahnung wer das ist ich bin es gut ja es ist ja ich würde auch noch groß er muss poliert werden hier ich habe mich bei shadow wieder doppelt ich habe das gefühl ich kriege das immer wieder zu hören mit dem polieren und mit dem groß werden ich lass mal lass das mal sonst wird er groß es regnet doch langsam ist es ist obwohl sie uns ja schon wieder gesagt haben wir kriegen schon wieder ein horrorsommer aber das sagen wir jedes jahr also mein sommer lief so ich habe versucht ins becken zu springen und bin auf dem boden aufgeklatscht als fuchs und war da wasser drin ich bin nur so kacke geflogen durch mit einem meiner einmal einem arm also ellenbogen an den rand das ist ein es ist ein nemesis denn hier kam uns karten zombie entgegen ich hätte es habt ihr ... ja komm ... jetzt kam ich behende und selbstsicher gut mit selbstsicher und wettkampf unter freunden kann ich was anfangen markt immer ein bisschen wenn ich es noch kann ja ich hatte diese map einfach spielst du eigentlich auch dbd ich war mir nicht mehr sicher ich hab schon so oft bei dem stream mit rumgehangen ich bekam es nicht mehr ich bin mir sicher ob du es auch tust palette tobi nein auch nö auch nö geht's noch ja das war super ich spiele mit wenn die wenn andere gerne lässt er dich ernsthaft liegen nämlich hat der zombie gekriegt der kam von hinten und ich konnte nicht vorbei weiter aus der zombie der stand da so ungünstig ich habe versuchten auszuweichen warte ich ich hole dich aber heilig trotzdem das wäre super er hat hier wie heißt was bin wirklich schlechteren das sagen alle das was schlecht in dbd sind wir sind ich bin auch schlecht in dbd hallo so moment ich gehe mal befreien so für uns alle zu wissenschaftlichen zwecken ob ich mir den stoff wissenschaft wissenschaftliche zwecke das gefühlt habe ich auch gerade oh holst du deine peitsche raus kumpel oder soll ich ja da holst du deine lange peitsche raus oh man diese elenden dreckigen dinger da seit wann kommen zombies vor allem darunter seitdem die suizidgefährdet sind mein gott wo ist wo ist nemesis der war hinter mir gerade noch ich bin grad voll am lupen ab in den keller hey was war das denn hey das sah aus wer ist im keller nemesis war gerade im keller ich wollte gerade reingehen wie denn nemesis war jetzt im keller irgendwie ergibt diese runde irgendwie null Sinn wo sie das aber seit wann gehen zombies runter in den keller nemesis ja aber ja aber zombies war uns als ich als ich tobi geholt da waren auch schon zombies im keller ich weiß aber auch nicht wie die zombies so funktionieren oder so denken dass sie da unten sind aber die haben sie auf jeden fall schon mal intelligenter gemacht die waren schon mal richtig dumm ich hab mich frei gewiggelt der hasst mich der hasst mich dann lupt noch ein bisschen wo seid ihr denn ich hoffe nicht hier okay perfekt tobi bist du mit der ich knall mir glaube gleich wieder im stopp rein mach das ich knall mal ist halt über mir oder ja ja komm komm hier mein kleiner ich polier dir mal die glatze ihr braucht und einmal recht und vorne und hier vergisst den lappen nicht ja genau den also das klingt überhaupt nicht komisch oder so Klingt überhaupt nicht komisch oder so dann helf ich dir mal hier kurz ich hab noch ein bisschen was im werkzeugkasten die sind gerade 22 Sekunde eingangshalte den Jinn da oben machen ich glaube denen mach ich erstmal nicht vor allem wo ist er okay er hat eine nächste stufe und tobi wird gerade klopfen ihm tobi du kannst das ich habe von dir abgeschaut bist du unten mit ihm zu schön mal was machst du prima tobi du bist du oben achtung zombie nein ich habe wieder der keller ja komm ich will ja nichts für unruhe sorgen aber ich hole uns an tobi wenn man ihr kommt da unten ja ich frage nummer so wo seid ihr ihr seid wahrscheinlich unten ja wo seid ihr ich habe mich verlaufen scheiße der will mich definitiv haben was hast du denn jetzt mit zoro das auch zoro in ruhe wenn du dich hier verläuft es müsste nur einer das tor aufmachen und ich kann raus springen ja dann kommt das hallo dass ich da mal vom haken holen verdammte hake nach dem spektakel bin ich aber wieder wachen wir mich mal weiter ums ödland kümmern aber dann wünsche ich dir viel viel spaß beim ödland kümmern dank dass du da warst und dann bis zum nächsten mal ich bleib jetzt noch mal kurz im eingang stehen oder im ausgang wird aber raubtier ansteckende angst das ultimative waffe und septische berührung berühren 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 nein das berühren der figur mit den pfoten ist verboten aber streichen oder was nein ich habe gerade gesetzt berühren der figur mit den pfoten ist verboten der figur mit den pfoten ist verboten gesundheit wir nehmen tobi werfen ihn vor den killer und machen alles so eine gute idee oder nicht ich kann doch mein tobi doch nicht vor den killer schmeißen könnte ich auch damit hinterher schmeißen mit eleganz werfen was mit eleganz um gottes willen mit eleganz ja um gottes willen also wenn du würfen würdest würd ich nicht auf den killer fliegen wenn du würfen würdest genau wenn du werfen würdest würde ich nicht vor dem killer landen sondern würde drei kilometer über hinten oder davor als pico kann man nicht weit werfen hast du gerade versucht mich zu werfen nein pico weitwurf wie gesagt da komme ich nicht weit hallo als pico kriegst du es mir so weit kriegst du kein weitschuss dieser armen lehne geht nur auf den sack die wackelt wie ein lämmerschwanz hey scheiße eh hä häh 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 nicht die hilfe heilf mir die paletten schon mal hat einer da hat einer den auto die das gelegenheit nutzen zehn partner und problemlöser ich habe der tat abgekriegt das war mal super ich konnte grad sehen was es für ein killer war unser mail hat ding gezogen haben wir gerade gesagt irgendwann wieder eine linie sagt mir mal bescheid wenn du wenn deine augen klopfen wartet kannst du auch die augen des killers sie mich permanent und ich sehe mein kumpel der dämon als gestern den apex so viel auf den kopf gekriegt oder was ja wir waren einmal einmal kurz demonstriert im schießstand aufgesehen im schießstand im schießstand nein im schießstand einfach mal mit mir die waffen testen der war nicht bewegen der ist bei unserem denn der ist bei mir blutkunst kann doch ein sehen ja nicht mehr verfolgt aber gleich wenn du abhängen wir haben wir ein bisschen mehr vertrauen in unseren tobi ich habe sehr viel vertrauen in proben aufzulösen weil wenn er jetzt loslässt sieht er mich dann müsste das auch noch nicht so bleiben stimmt, das ist ein fluch es ist ein fluch ha, hab mal eingefasst oh wow ups deine berührung hat schon angemacht hinter dem keller ja ja so, hoff zu jammern ahnungslos okay er sieht mich er weiß ganz genau wo ich bin das ist doch sowas ist doch ätzend hier nimm shadow nein einfach nimm shadow siehst du was er hat sich hingeportet komm runter bin ich gehe ich ihn hiermit auf den keks komm ich kann keine palette auf ihn schmeißen er hat sich selber befreit wirst du mich verarscht er hat sich selber befreit hey kumpel ach du scheiße bist du hässlich was hast du denn gedacht was er ist er teleportiert sich wieder er teleportiert sich wieder ich behalte ihn bei mir ich behalte ihn bei mir ich behalte ihn bei mir ich behalte mich nicht schönen dank siehst du da ich behalte die kiste auf mich hinter uns ist das portal er behalte das mal ein bisschen hoch ne er hier er hat mich grad noch ja aber wäre er im keller hätte er uns alle drei weg holen können ja so jetzt bin ich da und er geht genau auf euch zu er macht genau ja 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 Das ist irgendwie am Spiel selber. Ich kann da nichts für. Achtung, er kommt. Achtung, er kommt. Nee, doch nicht. Aber er sieht mich. Du weißt, dass er mich sieht, ne? Ach so. Okay. Ich komme. Anscheinend reicht. Entschuldigung. Ich habe jetzt Deadheart. Ich weiß nicht warum, aber ich habe Deadheart. Er ist unten. Er ist unten im Keller. Scheiß. Er hat sich teleportiert. Ich habe die Pallette gewastet. Irgendwie ist das cool. Auf der anderen Seite ist das Verletzten, dass der Keller dich aussehen kann. Ich gehe weg vom Keller. Ich habe keinen Bock, abgekämpft zu werden. Oh. Hello. Er ist auf. Er ist auf. hat ein portal reingesetzt und was wohnt man hat er die musik gespürt ja er kann trotz so ist ich dachte der könnte nicht durch doch kann er achtung er ist zuerst durch ein anderes portal glaube ich gerade gegangen so die titanik sticht in sie irgendwie war das jetzt scheiße mit der titanik zu vergleichen in australien wurden die nachbarn euch gehört ernsthaft reich aufstehen heute das ist echt ungünstig dass wir hier zu dritt sind er ist er lässt mich er lässt mich liegen er läuft hier neben mir er läuft dass er steht hier er läuft hier rum Achtung 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 er ist hier Tobi nicht gut ganz böses Tobi hör auf zu tunneln das ist ein bisschen doof jetzt und er läuft mir hinterher nehmt doch Tobi er hat mich verloren er hat mich verloren ich hab ich wollte ihn grad weil ich war ich habe ihn jetzt auch nein er läuft mir er läuft mir immer noch hinterher er läuft mir noch hinterher die dumme sau so ich mach das gleiche wie Hopper ich nehm mein Schwert und mach den Kopf wer ist denn Hopper? äh aus Stranger Things ach so ach so ja der Typ der in Demogorgon ist das keine Ahnung nie geguckt doch ich hab die erste Staffel geguckt die war so ätzend langweilig nehmt ein nehmt dolore tschüss ihr 2 schme competitors Einmal goal tschüss ihr 2 ja komm er geht zum generator also das t ist null noch keine palette schmeißen war da so lange ja du Mistvieh jetzt slug der natürlich slug der ja slug, slug, slug und das sind Killer, in denen wir absolut nichts drauf haben ja ja ach du bist tot ja du bist tot halt drauf, er ist tot oh jacker Kekse nee, er hat dich schon gefuttert stammt man ich hab keine ahnung wo die Luke sein könnte aber er wird die finden dann würdet ihr wahrscheinlich zuerst finden hm hm ja 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 Let's go to the end Ja, Tobi, du bist tot ganz kurze frage ich bin jetzt das gemacht hätte zählt das als adept es heißt wenn er mit seinem talenten die leute oder jetzt angenommen hätte er gemacht mit seinen talent nur mit seinen talenten würde hätte das jetzt gezählt gut gut drückende präsenz und lichtgeborene naja aber so gesehen ich bin bekloppt das lot im moment der tat war auch nicht viel besser oder hart im nehmen am anfang werden als generatoren weil er den entities besprochen hat ich habe den controller nicht gefunden was denn hingesteckt schon wieder er hat ihn nicht oder was ich würde den hin steckt ich gebe mal für uns alle blutpunkte ich gebe euch jetzt ein paar blutpunkte ein shadow ein shadow das irritiert mich aber dass das live da oben hockt wer ist totem oh warte da mach ich doch gleich mit mit flexen flex bitte nein ich werde zwar rausgetunnelt aber scheiß drauf ihr werdet alle so rausgetunnelt auch komm Tobi hier hier alle schön dann nimmst du eigentlich immer die Charaktere die hier nehmen ähm das ist jetzt das erste mal dass ich fang so nehme er möchte ein dazugehörigkeitsgefühl haben ja jetzt durchschaut wie ich habe leider keine blutpunkte für euch das was was ist das denn für hä was ist das denn für eine Möp sooo ganz kurz ganz kurz ganz kurz mal jetzt wir werden jetzt raus getunnelt so was von wie heißt der zigaretten ja ich beschleife das gefühl dass hier irgendjemand durch die gegend das ist ein spaceman nein ich hab kurz vorhanden wir haben aber das ist ein spaceman war das gerade ein ghosty Zeit für ein Ritual jetzt fängt er auch an mit diesem Scheiß das ist übelst kacke ja aber dafür haben wir hier weitere schnell fertig soll ich das einfach gar nicht nutzen ja vor allem wenn er dich jetzt holt wird das zurückgesetzt ist klein gegenüber Vittorio auf jeden Fall ich sag dazu mal lieber jetzt nicht jetzt nicht das wie er da unten hockt in seinem Salzkreis ich bin auf dem Weg aber nicht hier rein rennen wenn du das machst dann tötet ich ich renne ich bin auch schon bald fertig in kürze kürze ich habe dass die Befürchtung es ist ein Grabstein Meiers ich hatte gerade Angst gehabt dass Meiers so einfach so wir beten und beten und beten und beten und beten ihr habt beten vergessen und beten und und gleich werden wir zu Ende gestochen und geht Gravestone das ich habe überhaupt keine Ahnung wo es hier runter geht wartet 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 ja ihr seid so scheiße ich wollte gerade helfen das stimmt ich kann nicht wieder heiß werden das war ja auch noch das Ding ja er ist gebraked wer hat mal melkert wofür melkert ja schon melkert ich kriege ja bald noch einen Herzinfarkt wegen Shadow ey 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 warum ja ein paar ah du komm mal nicht braun oh unbekannte da um unbekannte galt so nicht nein zu tun ist er guckt gerade übelst auf deine es alter P der PS Ailer ein ich werde ganz oben aufgehangen das ist jetzt natürlich praktisch wie er kann euch trocken aber ich wurde angeschützt weg 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 ich wollte ich hab nicht mal die rote abteilung gesehen ich bin nicht herausfinden ob er gravestone hat doch der stalkt ab und zu machen ja perfekt nein wird shadow rausgenommen wahrscheinlich wir haben es nicht weil wir haben es gerade mal einmal geschissen gekriegt ein gem zu machen ach dieses kopf bringt absolut nicht frontal los kommt also das ist nicht gehalten das stimmt kannst du ja entschuldigung ich habe immer dran gedacht entschuldige mama meine kekse jetzt kann ich wenigstens mit jemandem noch schreiben der stalkt ich gucke wird mich nicht wundern wenn die beiden so ein bus hinzufügen bei mei haben was ein busch ich bin nicht gerade weil ich möchte gerade mein headset das liegt das bei dir auch so nur im boden drin irgendwie ja da guckt irgendwie ein viertel kasten raus ähm sieht sehr faszinierend aus scheiße die ecke stärksten alexa nicht aus alexa macht mich an alexa aus danke sie hat keinen bock mehr zack ach tschuldigung 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 ich kann es dann nur dabei ja ich bin frei Oh, der war ja direkt neben uns. Ja! Warte! Mann willst du mich verarschen, ne? Scheiße! Da hab ich den Jen wieder geknallt. Er kommt nach oben, oder? Nee, der ist immer noch bei uns. Wo ist er denn? Okay. Was für eine ekelhafte Runde. Haha, gewonnen! Entschuldigung. Es ist nicht wahr, dass die Chamelein kommt. Nein, Zigarette! Nein, Tobi! Lässt er dich liegen, ja, ne? Seienbar, ja. Oder? Nee. Nö. Nö. Ja? Ja. Sehr gut. Oh, was ein Stress hier! Schade, dass sie eh nicht gemacht haben wie in Resident Evil. So ein bisschen. So. Na, wenn du den Schauspieler mal anguckst und jetzt Carlos mit dazu. Ah, Carlos! Ah, Carlos! Ah, Carlos! Ah, Carlos! Tobi! Tobi! Du musst jetzt für uns gewinnen hier. Okay. Aua! Weil ich glaube, ich werde das hier nicht überleben. Oh, das war knapp! Au! Tobi! 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 Was macht er? Er bleibt immer stehen, wenn er aber mohren wollen würde. Tobi! 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 Tobi, nein! Lass mich für dich sterben! Aber warum? Damit du die Luke kriegst! Ja, ich habe nichts gemacht! Ich habe dich nicht verdient! Doch! Assass du. Los, geh die Luke suchen! Los, Fifi! Bei Fuß! Äh, nicht bei Fuß! Ui! Aus! Nein! das hat ja wunderbar funktioniert der lässt sich gehen draußen die muss irgendwo draußen sein der stoff dich jetzt bestimmt ja und einfach grabstein bitte das wäre so geil ich hätte jetzt so gelachen und ich jetzt gekocht hätte zerkratzer spiegel und spiel beständig die ist der umarmung schattens verdammt und nervenkitzel der jahre macht immer kurzen runde ohne mich ich muss mal kurz was klären ich habe mich voll erschrocken als er mich das letzte mal gehauen hat ja die gruppe existiert nicht mehr ich habe mich sogar ausversehen gefunden ich lade dich in die gruppe ein moment da kommst du mir in die gruppe tobi ist noch in einer partie deswegen kann ich ihn nicht einladen wo ist er? 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 hä säbel? ach säbel ist unten oh mein Gott! jawohl boom erstmal'n Herzenfakt es ist so ein halber woah na,wenns so ein halber ist dann geht das ja noch Solange es nur ein halber ist, geht's ja nicht. Hm, kein ganzer. Das ist irgendwie grad nicht so toll, die Sachen im Blutnetz. Oh, ich will ein paar malieren, da hab ich acht Cakes. Und wieder mit seinen Ego-Keksen da. Ein offener Briefumschlag, der wieder verschlossen und mit vier farbigen Bändern umwickelt wurde. Okay. Tobi, Tobi, Tobi. Huch. Hallo. Tobi, 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 Tobi. Du musst noch auf den Bereitknopf drücken. Musstö? Ja, du bist noch nicht ready. Oh, was ist das? es sei dir verziehen oh der killer ist direkt ready ich hab ne idee um gottes wenn ich dir deine idee ich raste aus das ist die idee aber bitte nicht hier im stream das nicht aber meinen gedanken um gott das hätte du musst was klären deswegen immer diese egos hier ich gebe euch allen mehr blutpunkte ich bewege mich gleich ich habe mir vegane kekse gekauft weiß ich endlich was die mit unserem altpapier machen so schlimm nein das hat das steht als spruch in einem es ist hoplarone oder pion hat da steht in dem status oh ich glaube ich bin hat er mich gesehen ah herrlich er war gerade in diesem anderen rustigen gelung gebäude ja geil ruin hat er Dann schau'n gerne. Oh Scheiße. Zubi, mach keinen Scheiß. Ich wollte gerade sagen. Mensch, hör'n auf zu... Ich auch umzubrillen. Meine Güte. Ah! 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 Ja! Pass auf, links ist... Ja, ich weiß. Oh. Ähm. Oh, das war knapp. Das war arschknapp, wirklich. Ja, ich wollte immer mal so ein riesengroßes Schwert über den Schädel gezogen bekommen. Geil! Geiler Bug, ich bin außerhalb des Käfigs. Na, bitte, rings. Ja, keine Sorge, schuldig. Außerhalb des Käfigs raus. Musik. Und bei mir... Bei mir leuchten hier alle. Ich hätte dich jetzt auch zuerst heilen können. Nein. Doch. Du kommst jetzt ernsthaft nicht, Schäfer, oder? Doch, Achtung! Ach du, Mann, oh. Mann, jagt doch mal die anderen. Du hast nichts besser zu tun. Dann gehen wir weiter weg. Und komm doch jetzt hier. Nee, dann kommt der hier wieder. Der kommt so oder so wieder. Das ist er ja zu uns gekommen, weil ich dich anruft hab. Plupp. So. Einmal Tobi befummelt. Rasselt komplett aus. Und mir rasselt komplett aus. Es geht zu... Äh, ein Typen, der nennt sich Odin. Achso, achso. Ach, ja, ich weiß. Ja, okay. Wie? Den ich nicht gemacht hab? Ja, ich weiß. Ich bin da etwas hartnäckig. Aber mit etwas war ich extrem. Ich nicht. Nein. 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 Mensch, verpiss dich. Aua. Lass mich doch in Ruhe. Klabbe. Warte mal, ich seh da. Ach, ach, da. Da kommt grad irgendwer auf den Zug gerannt. Ich weiß nicht, wer es ist. Sieht aus wie eine Michaela. Hey, Michaela. Oh, ich weiß nicht. Au. Der geht mit seinem Scheißruinen Tiere auf den Piss. Der will dich gerade wieder, Tobi. Wunderbar. Ach, was? Come on. Achso. Ja, komm. Okay. Morin? Nein. 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 Du bist so ein Lappen. Über dich muss jeder lachen. Hä? 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 Warum hab ich jetzt... Oh Mann. Warum? Spiel. Du bist so ein Lappen. Der jagt aber auch nicht... Nur mich und oder dich. Das ist ja gut. Wir brauchen einen Shadow mit seiner Gelatze. Du weh, du weh, du weh, du weh, du weh. Baum heißt der. Ada macht nichts. Ada halt das. Ada steht halt da unten rum und macht nichts. Super. Beziehungsweise holt die Michaela nicht. Das ist ätzend so was. Geht. Die harte. Die harte. Die harte. Die harte. Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Der wird vollkommen aufstehen. Das stimmt. Perfekt. Du kannst aber immer wieder aufstehen, ne? Ja, ja, das ist richtig. Dafür kann ich halt nicht gehalten werden. Ach komm, das ist doch ein Scherz. Oh, Mädel! Ich glaube, ich dachte ich weiß nicht. Ich habe die Fie. Ich habe die Fie. Ich habe die Fie. Ich habe die Toxikon. Nein, ich hatte dich gerade... Gesundheit? Genau. Oh, ich hatte dich fast. Ja, dachte ich mir auch gerade. Der ist jetzt halt wieder vollgekotzt. Ich bin Enfache. Das ist ein Tor. Das ist so wichtig. Ich bin Priss. Das ist ein Tor. Ja, kommt mir das mal. Das ist eine Frage. Das ist ein Tor. Och Mensch, was? Ja, jetzt lässt sie mich auch noch liegen. Ich werde jetzt nicht erzählen, dass sie weiß, wo ich bin. Ich hab keine Ahnung. Sie kotzt daneben. Hm? Sie kotzt daneben. Und wie? Tobi! Mann, ey! Sie hat solche Tryhards in diesem Modus. Das ist so unglaublich. Wir können auch den ganz normal spielen und den Modus. Ja, können wir auch wieder ganz normal spielen. Mir eigentlich egal. Mir fällt auch einfach nur auf, dass es halt so viele Tryhards da sind. Gut, dann machen wir den normalen Modus. Ach, Mann. Da wissen wir wenigstens, was wir für Perks haben. Wann kann man denn umgehen? Ja, da kann man aber wenigstens mit den umgehen. Und nicht mit dem... Hat sie auch gekriegt. So, dann mach ich eine neue Gruppe auf Öne-Mendel. Oha. Tobi ist einfach gegangen. Tobi ist... Ach, ne, Quatsch. Wir müssen oben auf Spielen gehen. Tobi ist einfach gegangen. So, jetzt. Hab ich schon wieder die nächste Stufe erreicht? Was zum Henker? Ähm, okay. Okay. Ich frag gar nicht erst. Oh, frag. Ne, ich frag nicht. Aber warum denn? Weil ich nicht möchte. Oh Gott. Aber wie lange musst du denn da was klären? Keine Ahnung. Hm? Keine Ahnung. Ich müsste aber noch was einkaufen. Das ist schlecht. Ja. Waffel 18. Bin ich. Gut zwisch. Joa. Waffelz. 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 Was ist denn das für ein Kostüm, Alter? Alien auf der Flucht. Waffelz. Eskepcake. 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 Okay. wieder windows auf opportunity ich habe gar nicht geguckt was das meine standard es ist ein wesk er findet mich direkt er geht mir jetzt so darf ich wieder gehen darf ich wieder gehen ich kann gegen trickster nicht spielen ich kann sowas nicht ich bin in dem busch ich werde in den busch gehalt ok warum kannst du so gut gegen ihn spielen ich hatte es gegen diesen typen ich mag es auch nicht ganz ehrlich aber ich habe eine gute reaktionszeit mit holz aha 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 ich soll einfach mit hohen wenden spielen es ist jetzt einfach gesagt als getan ja willst du mich heilen bist du so ubu ja na waffelt wird aufgehängt ich gehe abhängt nein hör doch auf dich umzubringen du blöde waffel ich habe ihn ernsthaft die darin respect und gg musste auch sehr strategisch machen ich habe ihn ihn ich habe ihm ich gehe nach der ich ich Na waaat! Schön. So, erstmal Odin holen. Odin. Odin! Ach, Tobi! Ja. Böser Tobi. Ich habe irgendeinen Ohrwurm von Robby Roboter. Das ist irgendwie... Ja. Okay. Wollte ich mich verstehen. Oh, jetzt hat sie, ne? Ich konnte Jan nicht fertig machen. Es tut mir leid. Alles gut. Er ist weg. Er hat mich gehen gelassen. Ach ne, da ist er. Er ist am... Er geht Richtung Saloon. 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 Und da kriege ich wieder Bock auf frühes Manitou. Das ist der Typ. Das macht mich gut. Ich finde den Film nur einmal witzig und danach hat sie es gegessen eigentlich. Na, ich finde den super. Äh. Erstmal was witzig und danach... Ich weiß nicht. Ich habe den Charme verloren. Ach Tobi! Du kommst immer zum Schluss. Ja. Ach so, was denn, was ist denn das für ein Geräusch hier neben mir? Eben. Eben. Nee, Piches hat einen Korken gefunden. Oh, Wacken. Ah, das hat gerade nur zwei Stunden gedauert, der Kampfergaden. Wie geht's nur noch? Das ist ja schon Schlimmeres. Hui. Das Problem ist, ihr seid jetzt so gehängt. Ich kann beide holen. Ich kann beide holen, ist kein Problem. Oh, Alter, das übertreibt halt, Junge. Jo, Trickster, Hallöchen, mein Freund. Ich habe jetzt was zu trinken. Jo, ich habe ein anderes Problem. Ich werde gerade beschlechert. Oh je, ich will nur hören. Jo. Oh ja. Gibt es da so ein Perk, das er so extrem schnell werfen kann? Oder ein Zusatz? Das ist halt seine Wegfehltigkeit. Aber doch nicht so schnell. Doch. Ich komme in den Keller. Ich komme in den Keller, Schubidu. Und der Balken lädt sich aus. Aua. Der Balken lädt nicht mehr. Bring dich nicht. Alles gut. Wäre der andere ein bisschen schneller gewesen, hätte er mich locker holen können. Ich hätte auch keinen Bock mich vollständig zu jagen, der Kerl. Ich weiß auch warum. Ach du hast auch? Ach stimmt, dass er auch Bindung kommt. Vergiss es. Immer. Heute vor einem Jahr ist Tina's Firma gestorben. Wow, von einem Jahr her? Krass. Jetzt findet man diese scheiß Luke hier. Da bin ich wieder. Hier bin ich. Hallo. Dann kann ich eventuell so ein Video zusammen cutten, was ich heute gemacht habe. Zu nebenbei. Ihr hört das eh nicht, zum Glück. Also wenn ihr nicht gespoilert seid, wenn ihr nicht zuhört, wo er vorverfahren war. Geht. Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! 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 Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, meine Alexa ist von gestern besessen, Alexa, Licht aus! Mach mal. Das will ich einfach nächstes Mal in die Klappe helfen, weil ich bin ganz okay. Ah, mein Fuß! Okay, meine Alexa reagiert nicht mehr. Oh, mein Gott, das... Aua! Was hab ich jetzt meinen Teller hingestellt? Es ist dunkel hier im Raum. So, ich bin wieder da. Hallo wieder da. Hallo wieder da. Merlin, nächstes Mal hierzu die Klappe. Ich bin wirklich aufs Maul geflogen. Das habe ich gehört. Du hast es gecallt, ich kann dafür nichts. Ich hab mir schnell mal eine Müller-Milch geholt. Was? Dieses Schnitzel, Mohr. Oh, könntest du mal wieder aufhören? Weiß ich. Weiß ich. Aber ich hab mal... Etwas spät mit Twitch oder ich bin abgehackt oder in dem auf Twitch. Also bei beiden. Kann auch so ein Twitch... Kann auch sein auf das Twitch bin. Du weißt doch, wie es ist wichtig. Mal... Ich hab grad, äh... Wefresh, aber da hat sich geholfen. Hm. Okay, wir suchen schon. Das Problem ist, ich bin jetzt so nah mit meinem Arbeits... Mit meinem... Arbeitsplatz, in Anführungszeichen. So nah an der Küche. Ich könnte mir nicht mal still und heimlich was Warmes zu essen machen, weil ihr das sonst alles mitkriegen würdet. Ähm. Ähm. Okay. Seid ihr auch rausgeflogen? Ähm. Pati wird gesucht. Ja, ich bin rausgeflogen. Ich bin rausgeflogen. Was kriegst du uns denn einfach? Ich krieg euch nicht. Doch, hast du. Volle Kanne. Einfach aus dem Haus geschubst. Mit dem Hinterantritt. Ja. Au. Hm. Was ist mit dir los? DbD? Mhm. Warum lädt denn das jetzt so lange? Ihr zeigt nicht, dass dbd abgeraustet. Wir müssen nochmal zurück ins Hauptmenü. Sind wir gerade? Wir sind... Zaubhauten. So. Ich akzeptiere. Das Shadow ist on fire. Das Shadow ist on fire. This Shadow is on fire. Nochmal. Auf ein neues. Kein Schweid? Wollt grad sagen. Was sagst du? Kein Schweid? Kein Klatzen, Oschi? Lass mal eine Klatze in Ruhe. Ja, ist ja okay. Meine Klatze. Ob ich irgendwann sehen sollten, wir schneiden die eine Klatze. Ja! Ja! Ob du willst oder nicht. Ich zahl dich. Fünf Euro. Fünf Euro. Okay. Fünf Euro sind für fünf Euro. Ja, geht noch. Fünf Euro. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Das ist viel? Fünf Euro eigentlich? Ja, geht noch. Okay. Fortnite hat übrigens ein Update, ne? Was? Und Fortnite hat ein Update. Was? Und Fortnite hat ein Update. Und Fortnite hat ein Update. Und Fortnite hat ein Update, halt aufzutrollen. Shadow, du bist doof. Wurde bei mir auch diagnostiziert, was sollte. Na gut, okay. Dann lassen wir das so stehen. Die Klatze. Die Klatze ist poliert. Alles gleich. Nein, noch nicht. Der Killer braucht noch. Shadow, Alter. Was ist los mit dir? Nein, nicht die. Nein. Hä, was ist los? Nicht die. Achso. Nicht die ist geflogen. Was war das denn jetzt gerade? Das Klatze. Und Cake. Und Cake. Eine chest mehr. Ja. Aber liegt die wirklich komplett? Das ist komplett geflogen. Ja, inzelt. Verlust du sowas? Sorry, er hat sein Blutschein nicht gemacht. Fah, der Shadow. Du, ernsthaft. Warum habe ich da so ein Gefühl? Weil du das in jeder Runde sagst, dass du ein Gefühl hast. Nein, ich habe ein Gefühl, dass es eine Legion wird. Ist es aber nicht. Mega! Hi. Was ist das denn? Au. Hi. Ghosti. Hi, hast. Was? Nervs? Nerv. Ja. Sobald ich mit der fertig bin, ist sie das zweite Mal gestorben. Nerv. Alter. Da ist der Dreck. So. Ein Energy reinpfeifen. Komm. Komm zum Haken. Und Jensen blockiert. Schon wieder? Ey, du. Die Tunnel. Komm. Komm. Die wollte dir deinen Schnitzel gönnen. Ich geh mal von den Schnitzel. Wenn ich fertig bin mit dir, du Blödel, dann wirst du nie wieder stehen können. Alter. Alter, Asetto. Tobe, geh holen. Oh, hi. Hallo. Ähm. Mein Sticker ist... Kommt! Begeben mich jetzt, Yass. will ich schon wieder tunnelt auch übel da ist es nur anfänger nur die meisten anfänger nur sie tun ich habe mich gerettet vor etwas ist mir egal nein ich hänge da ich lasse es das ist doch ich mag wahrscheinlich kein zweit gleich besucht die letzte orte wo es keine sonne scheint ich glaube die die macht das mit mir auch ja die tun wird jetzt die hulle ich kann gegen nörser spielen du musst wenn sie sich portet muss auf sie zu rennen aber so nicht sag mal ach die nurse hat mir sogar ein gefallen getan jetzt kann ich essen die schuhe ich bin mal auf hört ihr meine katze im hintergrund ich will gar nichts was für katze ich schneide hier ich weiß nicht was ich für dich wie die katze angehört nein meine katze einer von meinen beiden läuft hier wieder weint rum und ja ich schieb ganz kurz nicht hier hoch heilig die hallo ist gut ach du blödes stück oh ha ha daneben daneben muss mir küsschen geben ist ne nurse ich kann sie noch ein bisschen beschäftigen aber auch nicht mehr viel denke ich mal das ist schon die abgabe ja nein das reicht nicht Generationen werden blockiert, Generationen nehmen Schaden. Was ist hier noch alles dabei? Au! Das hat sie dabei. Dankeschön, Tobi! Tobi, 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 Tobi! Aber lasst mich sterben! Lass mich sterben, dann kann ich kurz nach meinem Essen gucken! Ja, der Schwab macht doch lieber Generatoren, aber lasst mich kurz sterben und gehen wir kurz nach meinem Essen gucken, der wird da. Okay, cool! So gerastet geradeaus, ich merk schon! Ne, so was los! Die macht komische Sachen! Wenn du schon mal fragst, wie brauche ich das Käse besser auf der Pizza hält, sagt ja, und im Klebstoff! Kle... Ja, das weiß ich, das Zug getunnelt wurde, das habe ich ja mitgekriegt! Aber Tobi! Warum? Barbecue und Chili, Schmerzens-Echo, düstere Umarmung und enthüllte Dunkelheit! Böse Nurse! Ganz, ganz böse Nursey! So, Shadow, du bist wieder einsatzfähig komplett, hoffe ich! Gut! Aua! Ich denke, es ist lustig, aber auch traurig! Was ist lustig und was ist traurig? Tani? Was was los! Also aus Beispielen, wenn die Lauter General, die 33 hat einen Hund... nicht übelst nicht übelst abgehakt mal wieder so jetzt noch mal bitte laut dieser ki hat ein hund was mitgespielt alles okay oder was john adams ein us-präsident 21 mal die universität in wisconsin abgeschlossen hat zusätzlich 2003 ja die frage die wird gleich gerütt ernsthaft ja ich nehme zu dich willst ein bisschen das muri ist toll finde ich nicht wir kriegen eine spritze in kopf glaube war das oder irgendwo so was noch mal genau mich findet er als erstes ja er ist aber an mir vorbei gestürmt frisch palette holz haben wir mal abgenommen komm 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 was toll ist zum befummeln ja das wird schon mal ne tobi ach so das habe ich nicht gesehen wichtig ist wieder abgehackt hier abhacken abhacken ach so abhacken verstanden wer hat die axt genommen und hat mein internet abgehackt entschuldigung dass ich drauf rumgekaut habe wir können es halt ich wollte dich nicht performen als ob der doch weiß dass ich hier bin scheiße da kann der spiel sound gestresst die huppel konnte aufstehen wo bist du immer noch in der mitte hier was gott gejagt ach was ist das denn der fähigkeitscheck war bei mir unsichtbar achtung ach das war jetzt gerade von mir frech entschuldige ich kann aufstehen ich kann aufstehen ich muss mich nicht holen ich kann aufstehen bewegt sich aber warte warte meli 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 das sparen wir uns mal auf nein lass mich doch aufstehen das hätte man sich so aufbauen können er kommt hoch hallo hässlichkeit aber tobi du musst gestehen das war gut ja ich bin wieder da ja ich bin wieder da ich hänge gerade ab ok gruppenbefugnung ich bin dort auch genau so wie ich bin unterwegs wenn ich jetzt liege kann ich gemobigt werden genau wie meli ein ähm mein trickstrick halt den trick fest ich halt ihn fest ich halt ihn fest alter war das gerade ne wuschelige bewegung von mir alles klar wird auf dem danke es kann nicht sein wenn ich mal wieder ein dass man nur einen generator geschissen kriegen wasser marsch für uns in der hand danke oh hi bro ja ich kann gemorrhied werden ich bin gleich tot und zehn neun Mann sieben sechs fünf lauf weit lauf schäbel dich weg hier schnell du kommst weg ach der kommt zurück und er hat mich gesehen er kann nur einen morien er wird nur einen morien können er morit er morit mal so mit drogen vollgepumpt ich bin nur übermutiert ich kann nur meinen schatten nicht das funktioniert nicht ja ich weiß genau den selbst auf den ich hatte wir wohnen sofort gewohnen somit drogen vollgepumpt christi schnull belohung ich hasse diesen typen warum schreibt er mich an die würde nicht holen komm tobi die haupt die hockt in einem stein und bleibt da stehen immer noch da ich werde eiskalt mich weiter um überleben kämpfen und anstatt dass ich irgendwann mal was zusammenspart für ein neues auto macht er sich ein tattoo hoch im rücken fast wie man es sieht der fragt mich der fragt bestimmt weil ich seinen status gesehen habe und wie findest du das tattoo sieht wenigstens hübsch aus der liegt mit blauen haare da oben der hat die blaue haare macht das ist ja nicht mehr ich geh jetzt auf den kopf was gehst du ich geh einkaufen ok bis gleich bis gleich bis gut was soll ich denn da zu sagen was soll ich denn das beschreiben die eine seite ist der und die andere engel die figur ist weiblich natürlich na klar totenschalter ausbruch bin ganz hohr und aufgezehrter hoffen und nein katze du gehst bitte vom tisch dafür dass er lillith drauf hat breche ich ihm was warum in cod er weiß ganz genau dass ich lillith dort am meisten hasse ok wenn er die spielt er finischt mich immer wenn wir spielen ich kurz abkabel und was gucken möchte wo peng die whatsapp ob einer sneaker sich dran und gibt mir einen finisher und da teiert er sich natürlich voll ab muss er sich nicht wundern wenn ich ihn 30 mal hintereinander zu kriegen nachvollziehbar oh oh mein gott mein herz schlägt schneller es brennt was denn jetzt alter er muss mal doch toll noch ach so noch ein zweit mit platz oh nee oh nee da habe ich einmal die weg oh mori doch nicht schon wieder und jagt leider nichts mal gucken vielleicht mache ich gleich ein paar kellerrunden weil da muss ich auch mal ein bisschen dünne machen weil da bin ich immer noch nur asche 2 mhm jo herbert was herbert die lässt sich nicht so sitzen was achso achso herbert war das gar nicht nur was das ist ein Oni hey hey Oni au unfreundlich hier ja er läuft mir gerade hinterher oder er lässt oder er nimmt doch die freundschaft an die ich nicht angeboten habe nein tu ah tu da nicht habe ich aua die für mails dann dann ist ein oli so schnell so werden nicht gesehen das weiß ich mal das update laufen wo bist du sehe ich nicht doch achtung 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 da musst du mal kurz die luft entweichen da musst du so einiges entweichen er ist in seinem rake ich weiß was er macht er nutzt den bug aus mit ohne ist man deutlich schneller wenn man jemanden trägt und dann kann er ab und zu mal so zuschlagen diesen schnellen dash nach vorne das kann er spammen ich sehe nur den knüppel fallen diesen richtig dicken knüppel und damit kennt sich aus war ja eigenerfahrung wo ist er denn jetzt ich weiß es nicht keine ahnung bitteschön also mich hat er noch nicht gesehen du hast doch nicht mein klatschen freund jetzt schlägt 13 jetzt kommt ab achtung hat sein modus ich habe gesehen und ich habe den ich habe gerade Herzinfarkt des Todes gekriegt aber heiliges Kanonenrohr oh hier ist ein bisschen Öl für meine Glatze ich bin das gar nicht Achtung er ist auf dem Weg zu euch Achtung er ist auf dem Weg zu euch ich sehe nichts denn ich mache gerade Solo ein Jen Achso ne Achtschuldigung ich bin von der ich bin von der Glatze irritiert das geht doch so wie mit Chucky ach man echt so ein schlechter Verlierer Nö jetzt poliere ich seine Glatze auch nicht mehr habe ich auch keinen Bock mehr also Shadow so ich gehe den Zweid holen ja 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 Ich müsste dich mal heilen, dann haben wir ein Problem. Du willst eigentlich nicht wissen, wie viele Blutröpfchen ohne Addons oder so fallen. Ach, nö. Medi ist nicht dein Ernst. Doch! Ich hab den Bad gerannt. Er kann irgendeinen von uns morigen. Ich weiß nicht, wie du. Er morigen wird. Ja, weil du auch etliche Minuten brauchst, um dich rauszuwickeln, weil das rot ist. Nein! Das kann nur Scheiß enden! Ja, das weiß ich jetzt geil. Das weiß ich nicht. Selfcare? Ja, er hat Selfcare drinnen. Wenn ich den nur finden könnte. Der ist, glaube ich, gerade auf dem Weg zu dir, glaube ich. Oh, ne. Soll doch nicht. Er hängt da. Er hängt da mit dem Generator drinnen. Ein Generator. Ach, willst du mich verarschen? Ich bin alleine. Warum er sich nicht den Bot holt? Ist ja noch voll. Na, das reicht niemals! Nein, das reicht leider auch nicht. vielleicht finde ich irgendwo noch nein 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 komm hoch, komm hoch, komm hoch, wir checken bisschen, komm hoch bitte als ob das war knapp am bot vorbei ja, du sollst machen okay ich trau mich nicht den bot zu holen würde ich auch nicht tun an seiner stelle ich fang die märme ich fang die märme ich fang die märme ich werde zum beast-tamer alles klar erst die ligen und jetzt ein oni was als nächste ne kartoffel Eine Kartoffel. Ist das ekel. Oh, er langt zu. Du sollst gehen. Ich glaube, ich gehe gleich an über was. Nein, ich glaube nicht. Das ist der Bot, Kollege. Ganz egal. Okay, geh raus, geh raus. Er will den Morin, glaube ich. Er kann den letzten Morin. Geh raus, geh raus, geh raus. Okay, gehe. Und Morita? Ja, jetzt. Lecker Zünchen. Aua, aua. Ja. 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 Ja, gerade kurze Pause macht. Okay. Ist egal. Gut. Wie gesagt. Würde mich freuen, wenn ihr mitkommt. Ist ein ganz, ganz lieber. Unterstützt ihn jetzt ein bisschen. Und dann sehen wir uns spätestens am Montag wieder. Bye bye. So, jetzt weiter zu meiner Glatze.